Hallo liebe Zuschauer von APKLV, ich bin Josephine Lutz vom FC Union Tornisch und ich möchte euch heute meine Top 3 Mitspielerin vorstellen. Auf Platz 3 werde ich mich vergeben. Platz 2 ist ganz klar Hanya Wulff. Sie ist eine Top-Angreiferin, sie ist mit Körbeinsatz dabei und spielt super Pässe. Auf Platz 1 teilen sich Janina Brotscheidt und Alina Wachter. Beide super Mitspielerinnen, Pässe kommen an und die Tore sind dann auch drin. Das waren meine drei Top-Mitspielerinnen.